Heute soll es mal um die Top 5 Technikprodukte aus dem Jahr 2019 gehen. Drei davon stelle ich euch vor und zwei davon stelle euch Techspot vor. Und dann gibt es auch noch ein Video mit den Flop 5 Technikprodukten aus dem Jahr 2019. Das ist dann unten in der Videobeschreibung verlinkt. Los geht's! Mein erstes Top-Produkt ist das OnePlus 7 Pro, weil es dieses Jahr einen sehr guten Maßstab in der Android-Welt gesetzt hat. Weil es eben eine exzellente Performance, eine sehr, sehr gute Software und vor allem auch dieses tolle Display mit den 90 Hertz und diesem tollen Display-Oberflächenverhältnis hatte. Und das Ganze war ein Preis von 700 Euro, was zu dem Zeitpunkt ein doch recht gutes Preis-Leistungs-Verhältnis war. Deswegen ist das auf jeden Fall eines meiner Top-Produkte aus dem Jahr 2019. Das zweite Produkt ist das Galaxy Fold, weil es in meinen Augen für ein erstes faltbares Smartphone sehr viel geleistet hat oder sehr viel richtig gemacht hat. Zumindest beim zweiten Mal. Ich weiß, dass es beim ersten Mal nicht so gut funktioniert hat und es da auch einen Fehlstart gab. Aber beim zweiten Mal war es schon wirklich eindrucksvoll. Ich habe es ja auch auf der IFA ausprobiert. Der Übergang zwischen Innen- und Außensisplay hat sehr flüssig funktioniert. Auch die Apps waren angepasst. Und das Gerät war technisch auf einem sehr, sehr neuen Stand. Und ich denke, dass das Galaxy Fold den Grundstein für die Zukunft der faltbaren Smartphones legt. Ich habe ja dazu auch schon mal ein Video gemacht. Und es gibt uns einen sehr guten Ausblick auf die Zukunft. Wir wissen noch nicht, was genau kommt, aber das Galaxy Fold hat uns da schon sehr viel vorgemacht. Das dritte Produkt ist das MacBook Pro 16 Zoll, weil Apple hier alles richtig gemacht hat, was sie beim MacBook Pro 15 Zoll, also dem Vorgänger, falsch gemacht haben. Sie haben nun endlich wieder die alte Tastatur verbaut, die nun eine bessere Stabilität und Langlebigkeit bietet. Hoffentlich, das werden wir ja in der Zukunft sehen. Außerdem ist das Preis-Leistungs-Verhältnis nun deutlich besser. Die Leistung ist auf jeden Fall angestiegen. Es gibt jetzt bessere Grafikkarten. Und dabei ist der Preis gleich geblieben und sogar ein bisschen gesunken. Besonders was die SSD-Speicher-Upgrades angeht. Dort bekommt man einfach deutlich mehr fürs Geld und man hat natürlich ein größeres Display, wie der Name schon sagt. Deswegen ist das in meinen Augen nun ein deutlicher Fortschritt und Apple hat endlich mal auf die Profis gehört. Und die haben jetzt auch, was sie wieder wollen, außer vielleicht den SD-Karten-Slot. Hi, ich bin Felix vom Kanal Tatespot und eins meiner absoluten Technik-Highlights 2019 ist definitiv die DJI Mavic Mini. Die DJI hatte ja schon in vergangenen Jahren einige echt beeindruckende Drohnen im Angebot, die leicht und kompatsch sind. Die Mavic Mini liegt da aber einfach nochmal ein Stück weiter. Nur 249 Gramm wiegt sie und kann durch den Faltmechanismus so zusammengeklappt werden, dass es sogar möglich ist, diese in der einen Hosentasche zu verstauen. Das Gewicht von nur 249 Gramm bietet jedoch noch einen weiteren Vorteil. Für Drohnen unter 250 Gramm entfällt nämlich die in Deutschland sonst vorgeschriebene Kennzeichnungspflicht. Man braucht also nur noch eine Versicherung für die Mavic Mini. Trotz der Größe und des Gewichts der Mavic Mini hat diese videotechnisch immer noch einiges drauf. Videos werden zwar nur in 2,7K aufgenommen, für die meisten soll es aber definitiv ausreichen. Toll ist jedoch, dass auch bei der Mavic Mini eine richtig gute 3-Achsen-Stabilisierung verbaut ist. Durch verschiedene Twitch-Shots ist es auch für Einsteiger easy möglich, beeindruckende Aufnahmen mit der DJI Mavic Mini zu machen. Die Flutzeit der Mavic Mini beträgt eine halbe Stunde und ist damit ziemlich ordentlich. Ich finde es einfach mega krass, wie DJI es geschafft hat, eine Drohne für nur 400 Euro anzubieten, die so kompakt ist, gleichzeitig aber auch so viele Features hat. Gerade im Urlaub ist die Mavic Mini dadurch für Hobbyfilmer extrem praktisch, da es durch die Kompaktheit gar kein Problem ist, einfach die Drohne mal mitzunehmen. Ein weiteres Technik-Highlight aus dem Jahr 2019 ist für mich der LG Signature OLED TV Air. Diesen Zeit der LG stand Anfang des Jahres auf der CES und man sollte ihn wohl eher als einen Blick in die Zukunft betrachten. Zwar will LG den Fernseher auch auf den Markt bringen, klar ist aber, dass man dann extrem viel Geld auf den Tisch legen muss. Doch um was handelt es sich beim TV Air eigentlich? Offensichtlicherweise um einen Fernseher. Dieser ist 65 Zoll groß, löst mit 4K auf und unterstützt HDR. Im ersten Moment also nichts wirklich Besonderes. Könnte man denken. Das wirklich Beeindruckende ist dann aber, dass sich das Display dann auf Wunsch einfach zusammenrollen lässt und dadurch in einem vergleichsweise kleinen Klasten verschwinden kann. Ich meine, schon das Galaxy Fold mit seinem Faltmechanismus ist beeindruckend, aber der TV Air ist halt einfach nochmal Next Level. Diesen Fakt, dass sich ein Display einfach zusammenrollen lässt, ohne Schaden zu nehmen, finde ich einfach mega impressive. Und das zeigt einfach, was alles in der Zukunft in diesem Bereich noch möglich ist. Das war es jetzt mit den Top 5 Technik-Produkten aus dem Jahr 2019. Die Flop 5 sind wie gesagt unten in der Videobeschreibung verlinkt und wir sehen uns dann im nächsten Video, auf jeden Fall vor Neujahr wieder. Tschüss.